rollen lassen ah verdammt der gang war zu leicht oh nö was liegt denn da ich hätte mal ein säg mitnehmen sollen ja Achtung Fußgänger ja bon tag dankeschön ja wie gesagt hat er mal langsamer dann passt das schon dankeschön schönen tag noch alles schön guten tag guten tag dankeschön ja ist heute doch ein bisschen mehr als erwartet das ist ja ein schönes stück ja wie gesagt hier war ich früher öfters auf dem stück schon boah Tanne in den Schnauze fäuste Wurzel ja wo ist er denn? ah da ist er wie gesagt von unten hoch fahren ist halt auch schön ja 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 das letzte mal war ich hier glaube ich vor 2 uhr im winter ja 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 da sind die pferde hallo 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 also ich nehme hier anlauf von der seite hallo wuppe schön weit ausholen dann passt es auch mit den kurven hier geht es ein bisschen runter hallo 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 wo der ist hier geradeaus ist es auch relativ egal zur auch hallo hallo und du wie Die sind down in! Heheheheh! Heheheheh! Hehehehe! Woah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich sollte aufs kleine schalten wenn es und da habe ich mich das erste mal mit meinem trail bike auf die fress geschmissen auch in der treppe vorsicht, nasse brücken, nasses holz, ist schön interessant nasses holz, das liebe ich so wie krokant halt weiter, halt weiter, lass dich überraschen lass dich überraschen ist doch alles schon interessant actionfilmer, meinst ja gut ist es, allerhop entschuldigung, dürfen wir mal ganz kurz stören moment, müssen wir links oder rechts, ne ich klapp gerade aus schönen tag das ist halt eher der nachteil, die strecke ist sehr beliebt ne ne, das ist jetzt nur noch entspanntes ausrollen auf dem trail nur noch ein paar brückelscher also noch mal wo 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 lass dich überraschen lass dich überraschen lass mich überraschen Das war's. Bis zum nächsten Mal.